Ich habe noch Sierungsmaßnahmen im Krisengebiet. Ich habe noch Sierungsmaßnahmen im Krisengebiet. Ich habe noch Sierungsmaßnahmen. Ich habe noch Sierungsmaßnahmen im Krisengebiet. Ich habe noch Sierungsmaßnahmen im Krisengebiet. Ich habe noch Sierungsmaßnahmen im Krisengebiet. Ich habe noch Sierungsmaßnahmen. Ich habe noch Sierungsmaßnahmen im Krisengebiet. 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 Ich habe noch Sierungsmaßnahmen. Ich könnte das schiefgehen mit dem, was ich vorhabe. Mein gutes Schild. Nee, das passt voll nicht. Aber das sieht so geil aus. So. Dein Materiallager hat eine Tür. Ich muss gleich mal reingehen. Sowieso auf dem Feld dahin. Jetzt kann ich auch das Schild wieder runter machen. Weißt du, was geil wäre? Wenn man bei dem Turm, den ich da gebaut habe, zur anderen Seite einfach mal zu einer Brücke baut. Die geht kaputt. Wieso? Weil die keine Stabilität unterwegs hat. Da, also wir können doch im Wasser... Wenn du keine Stilzen ins Wasser baut kannst. Ach, schade. Seid denn, die haben jetzt mit diesen Schwimmobjekten irgendwas geändert. Aber vorher würde es nicht gehen. Okay, in die falsche Richtung. So, mal klein mal mit dem Pferden da ausprobieren. Oha. Geiles Teil, ey. Ja, das ist doch mal geil. Geil, da, geil, Tür da. Schönes Ding. Aber die kommt da wieder weg. Warum? Weil die da nicht so geeignet ist. Ach, schade. Das ist eine mysteriöse Geheimtür, weißt du, wenn du was auf machst. Gas. Oh, da hinten sind ein paar Schieferrücken. Jawohl. Komm zu, Papi. So, die sieht besser aus. Die passt auch eher um der Schieferrücken. So, das Bereich machen wir jetzt hier. Haben wir eigentlich eine Kiste mit vermehrt dort Fleisch oder so? Ich glaube, da schmeiße ich es gerade so ein. Oh, in der Rinde. Haben wir noch irgendwo Rinde? Äh, ja, im Lager haben wir ziemlich viele. Ja, ich glaube mir jetzt einfach hier kurz was. Ah. Ja, die Tür sieht auch nicht schlecht aus. Geiles Teil. Ach ja, gecheckt. Wir wollen ja nicht, dass der Gerber hier ohne Arbeit bleibt. Ja, der gute Gerber. Aber du bist schon da unten. Meinst du, wir sollten noch einen Stall bauen oder so? Ja, du hast doch zwei Ställe. Ja, aber wenn die Pferde draußen sind. Das meinst du wegen deinem komischen Mist? Oder was? Mhm. Ich mein... Ich mein... Du brauchst ja nur zwei neue Pferde. Ich mein, ich wüsste... Dass wir unsere draußen haben und dann... Ich mein, ich wüsste, wo ich hingehen nicht müsste. Aber es wäre halt... Ziemlich weit. Hast du... Wo kommt der denn her? Ist hier rumgelaufen. Außerdem weiß ich nicht, was du meinst. Ich hab ihn noch drin, ey. Ja, ja, hier. Äh, was brauch ich denn alles dafür? Äh, äh... Äh, äh... Wenn er nur gehärtete Ziegel... Ich hab, äh... Ich hab, ähm... Ich glaub, im letzten Livestream... Wo ich gemacht hab, hatte ich da noch endlich noch einen Angriff von... Von einem Typen gehabt? Oder von den Viechern? Von so einem Dorf, la, genau. Äh, wo ich Spinnennetze noch gesammelt hab. Wo, wo wir ja damit sind... Wo, 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 wo... Hey, was ist denn jetzt passiert? Und so verschwindet die anzeige bei mir Okay Ich kann nichts mehr reinpacken, was ist denn das? Ja, Stern, ich glaube schon was geiles zu finden Naja Hast du schon welches, oder? Ach Gott, das ist das erste Mal wieder seit Wochen, wo wir zusammen Conan zocken Du hast gesagt, du hast weitergemacht also Ja, ein bisschen, aber nur die Produktion voran laufen gelassen, mehr braucht nicht Weil gerade wegen den, äh Ah ja, hast du schon weggemacht Ähm, die wegen den Pferden, dass die fertig sind So, Tierfälle werden auch bald voll Ich hole mal eins raus, ja Was? Pferd, ja Pferd Pferd Aber mit den zwei Satteldinger da Die Sattel Ein Pferd heißt Pferd, weil es Pferd Halt, Sattelmacher Ähm So, ich komm runter Du kannst das eine ja drin lassen, ne So, ich hoffe, die Hähne hat keinen Hunger Brennstoffeffiziente Öfen Theoretisch müssten wir die drinnen auch austauschen Dann geht das drinnen auch schneller Äh Brennstoffeffiziente Öfen 300 gehärtete Ziegel 100 Stahlverstärkung 100 gehärteter Stein Das Pferd 100 gehärtete Ziegel, was? Manu, überleg dir mal einen Namen Was Pferd heißen soll Das ist doch dein Zeug nicht Schreibt man George George E, E, O, R, G oder mit E am Ende Das hängt von der Schreibweise ab E, 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 E Oh, ich spiel ab Nochmal E, E, E E, E, O, R, G, George Alles klar So Okay, das war das leichte Oha Hä, ja Hakel folgt dir jetzt So Äh, wir kannst du wieder absitzen Scheiße Ah Äh Was ist C C oder E gedrückt halten oder sowas Irgendwie was war das Ja, C war das ich brauche kiste eine holzkiste reicht ja jetzt bin ich gerade wenn ich gerade erschrocken alter schwede in der raum rein aber ich dachte aber ich sitze noch dahin mit ihrem musiker hören auf einmal geht die tür auf einmal auf weil sie aufschroben wird da habe ich mich gerade erschrocken habe ich mich erschrocken was du dich noch das reicht erst mal saa ernährung wüsten bären ich gehe mal kurz paar samen holen dass der das futtern kann bräuchte meine besser schön gegen die wand gesprungen ja schneller heute macht ja noch das heißt die sich entferntes so wie bene kleine schatz hat man nämlich auch was kler schönes gebracht ein schönes ein schönen 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 pudding karamell pudding sicher habe ich dabei da wollen wir direkt also was willst du jetzt holen ich brauche samen ich bin weggeschmissen ja kein problem ich gehe noch kurz zusammen holen möchte was helfen muss jetzt im moment erwarten ach so ja aber was brauchen wir noch fasern du bist die fasern zu zu ranken verarbeiten wie geht das denn das macht ein gerät für dich ja egal aber warum mal als erst lieber erstmal ordentlich samen samen pflanzen fasern und rennt da mir einfach da rein wie soll ich die marmette da sich kalt machen hier ach ist ein koch level eins brauche man nicht aber die flasche auf dem schönen grünen fleck eine rote pfetze ist ja mal ist ja machst du sowas kap ich habe noch die komische maske drauf so das sollte erstmal reichen aber das brauchen wir nicht die fische das ist ja ich bin hier hengeschmissen ach das sachen die man hat brauche gelbblüten da haben wir schon fast so viele noch ein bisschen was reingepackt passt ja so pack mal deine insekten und die samen die ich gefunden habe in die große holzkiste neben dem schmied durch die fasern auch erst mal da reinpacken ja das kannst du ich weiß noch nicht wo ich welche brauche oder wofür ich brauche also zwei schiefer rücken sehen das quasi 3 8 war schon schmelzofen gebaut okay ich habe dafür drinnen schon mal ein abgerissen alles klar ist okay denn es brauchen die wetter harz harz rechst in der pk sprengdrüse panzer da war doch hinten irgendwas weißt du dass wir hier noch zu viele kisten haben ach was wir haben zu wenig kisten wenn du von jedem werkstoff eine kiste haben wir jetzt schatzkammer haben wir auch noch nicht gebaut ne doch die haben wir doch wo denn da wo ich gerade drin bin wo bist du ja materiallager ist doch schatzkammer ein richtiger schätze ach so das soll das denn jetzt was haben wir denn als schätze bis jetzt du hast zehn silber münzen gehst du mal aus meinem zimmer raus hier ja 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 liege die auch da ja liegen noch da ich muss eben mehr drin als bei dir so ich brauche mal eine picke so so wir haben wir auch schon wieder noch mehr zu öl mitgenommen jetzt sind noch 37 haben die mal mit nein ich habe natürlich nicht das mit geholt was ich bräuchte ach das ist doch wieder so ich weiß gerade nicht was ich brauche ich brauche meine picke die habe ich immer dabei die stahl die habe ich immer dabei knast haben auch noch nicht was willst du jetzt holen ich tue es hier gerade das öl weg genau eine ölkiste brauchen in dem einen pferd ja mache ich noch ein sattel rein vielleicht im inventar alles klar was stufe 1 was geht denn ab ich gehe dann gerade noch ein bisserl rennte holen rinde und harz genau das kommt ja dann automatisch mit raus steigen können steigen können so was hast du dir aber damals von dlc geholt von konan ich bin schon dlc geholt ja als sucht sich da einmal das kult hat damals es ist wohl hat überlegt aber sich das spiel holt habe ich mir dann die ziel gucken weiß ich jetzt gut es müsste bei dir dann irgendwie aber ich bin überlastet ich nicht na gut soweit es ist ja positiver da das passt ja deshalb ist viel mit rohstoff beschaffen aber was soll man machen da kann ich gleich mal ein bisschen hier von meinem leckeren karamell ach guck mal Marcel Marcel ist schon im discord aber ich habe gesagt machen wir erst am 8 wo brauchst du das zeug harz vorne bei dem oder getrocknetes holz machen kannst bei dem ersten musst du ein paar rein machen wieso harz kommt doch da raus wo es ach du bist im gebäude getrocknetes holz machst du beim zimmermann an etwas geformtes isoliertes getrocknetes holz machst du aus holz und rinde und da kommt trockenes holz und harz raus ok ja hey ja 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 haben wir keine kiste für rinde gehabt weiß ich nicht für harz habe ich eine gesehen vorhin ja aber nicht für rinde nein warte ne gehärtete ziel haben wir sogar welche wow was brauche ich nochmal schwefel kann das sein ist das jetzt nicht so voll ok ja Ton.